Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich für euch das Album Mama von Motrip. Das Ganze gibt es in der limitierten Deluxe Edition zum Unboxing. Für euch von mir, wie gewohnt. Ja Freunde, das Album Mama ist bereits im Jahr 2015 erschienen. Ich habe die Box original verpackt, auf Ebay Kleinanzeigen bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an den guten Mann, der sie mir für einen wirklich sehr guten Preis verkauft hat. Wir werden uns das Ganze heute zusammen anschauen. Den Link zur Box, falls es noch einen auf Amazon geben sollte, sowie den Link zum Album und zum MP3 Download findet ihr natürlich wie gewohnt hier unten in der Videobeschreibung. Und wir starten mit dem Unboxing. Wer nicht die Folie entfernt, wisst ihr Freunde, schreibt mir gerne einfach mal euren Lieblingssong von Motrip unten in die Kommentare. Los geht's! Und als erstes haben wir hier natürlich jetzt erstmal einen Aufkleber auf der Folie drauf. Motrip Mama limitierte Deluxe Edition. In der Box befindet sich das Album, dann eine Alien EP plus die Instrumentals zum Album. Ein T-Shirt, Notizbuch, Bleistift, Poster und Sticker. Das sind die Inhalte. Okay. Schauen wir uns das Boxdesign an. Wir haben eine weiße Box. Auf dem Cover lesen wir Motrip und den Titel des Albums Mama. Hier unten sehen wir jetzt so ein paar Textpassagen. Hier unten sehen wir das Universal Logo. Auf der Unterseite sehen wir nichts. Auf der rechten Seite sehen wir nichts. Oberhalb sehen wir jetzt ein Stück vom Barcode. Und auf der linken Seite sehen wir den Barcode und hier jetzt noch mehr von diesen Textpassagen werden das sein. Und auf der Rückseite sehen wir jetzt noch mehr Text. Also das wird alles wie gesagt aus den Songs sein, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Alles andere würde ja sonst keinen Sinn machen. Und wie gesagt, Barcode ist diesmal nicht hier hinten drauf, sondern hier riesengroß an der Seite. Okay, sehr interessantes Design und damit, Freunde, schauen wir in die Box rein. Und als erstes kommt uns natürlich das Wichtigste entgegen, in dem Fall natürlich das Album Mama. Ist glaube ich sein aktuelles Solo-Album. Also ja, das aktuelle Solo-Album. Er hat letztes Jahr oder dieses Jahr ja ein Album mit Alias rausgebracht. Also ein Kollabo-Album und das ist quasi sein aktuelles Solo-Album. So, da haben wir das Cover. Hier vorne haben wir jetzt gleich wieder einen riesengroßen Barcode drauf. Und wir haben wieder Texte, die durchgestrichen sind. Nur Mode-Rib ist hier zu lesen. Und Mama hier oben, okay. Auf dem Album sind insgesamt 16 Songs drauf. Das Ganze ist auch wieder durchgestrichen. Okay, 16 Songs. So sieht die CD aus. Mode-Rib Mama. Und wir schauen ins Kuglet rein. Jetzt haben wir erstmal... Okay, hier haben wir erstmal ein bisschen Werbung. Mode-Rib Live 2015. München, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln. Okay, da waren nur fünf Termine angesetzt. Und hier haben wir ein bisschen Werbung für Merch. Okay. Und natürlich die Seiten Facebook, Twitter und Instagram. Okay. So, schauen wir ins Kuglet rein. Für Mama. Okay, und wieder jede Menge Texte. Ich vermute mal, das werden jetzt die wirklichen Texte sein zu den Songs. Also nie durchscheinandergewirbelt wie auf der Box, sondern zu den einzelnen Songs. Okay, das sieht natürlich sehr durcheinander aus. Dadurch, dass hier drin rumgekragelt ist. Aber, ja, warum nicht. Das ist halt mal was anderes. Okay, also hier haben wir wirklich nur die Songtexte mit drin. Okay. Das war das Booklet. Und natürlich jetzt hier noch diese Werbung für die Tour. Für die fünf Termine, die da angesetzt wurden. Also, das Album. Als nächstes haben wir die Alien-EP. Das Ganze im Pappschuber. Da dauert es natürlich, bis ich das aufhabe hier. Weil das ist immer wirklich bescheiden, das aufzukriegen. Zumindest mit so einem dicken Messer. Aber ich habe es schon. Alles gut. Ihr könnt mir einfach in der Zeit freuen, während ich hier krampfhaft versuche, das Zeug auszupacken. Mir einfach mal irgendwas zu Motrip unten in die Kommentare schreiben. Oder generell einfach vielleicht mal, was ihr von meinem Video haltet. Was ihr von meinen Videos haltet. Einfach mal eure Meinung reinschreiben. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. So. Da haben wir die Alien-EP. Das Ganze im Pappschuber. Ich würde vermuten, das ist Motrip. Zumindest von hinten. Und auf der Alien-EP haben wir insgesamt neun Songs drauf. Die EP sieht so aus. Okay. Dann haben wir als nächstes die Instrumental-Zideen. Das Ganze auch wieder so ein Pappschuber. So Freunde. Jetzt wieder einfach. Wenn ihr Zeit habt, schreibt mir einfach gerne irgendwas in die Kommentare. Das ist natürlich wirklich immer schwierig, diese Dinger aufzukriegen. So, aber ich habe es schon. Alles gut. So sieht die Vorderseite des Pappschubers zur Instrumental-CD aus. Motrip und Instrumental-CD. Hier oben sehen wir jetzt noch einen Notenschlüssel. Und hier haben wir jetzt die 16 Songs. Als Instrumental-Version. Komisch, hier ist Mama nie durchgestrichen. Ach, jetzt machen wir auch nicht durchgestrichen. Okay. So sieht die Instrumental-CD aus. Okay. Dann haben wir als nächstes zwei Aufkleber. Einmal den und dann den. Wäre natürlich cool gewesen, wenn von jedem mindestens zwei, drei Stück mehr drin gewesen wären. Aber gut, okay. Schöne Größe auf jeden Fall. Dann haben wir das T-Shirt. Das schauen wir zum Schluss an. Als nächstes haben wir natürlich zu dem Notizbuch einen Bleistift. Schreiben, schreiben. Okay. Also ein Bleistift und ein Notizbuch ist eigentlich regelmäßig in den Boxen drin. Oder zumindest bei Rappern ist das ja selten, dass sie ein Notizbuch mit reinhauen mit Stift. Das ist ja mehr bei diesen, ja, Pop- oder bei diesen Schlagerboxen so. Aber ein Bleistift ist da eigentlich immer mit dabei, dass man natürlich gleich alles einschreiben kann. Gut. Also einen Bleistift. Und als nächstes haben wir das Notizbuch. So, vorne drauf lesen wir wieder Motrip und Mama. Und hier habt ihr natürlich jede Menge leere Seiten, um eure eigenen Texte reinzuschreiben. Eure Gedanken, eure Gedichte oder einfach eure Einkaufsliste. Ganz natürlich mit einem Gummiband könnt ihr dann schön verschließen. Ich werde das nutzen, um irgendwas aufzuschreiben, vermute mal. Ich will mir nämlich für nächstes Jahr eine Übersicht von all meinen Boxen aufschreiben, die ich halt gekauft habe, verkauft habe und so. Und dafür werde ich das für nächstes Jahr nutzen. Okay, sehr cool. Dann haben wir als nächstes noch ein Poster. Relativ klein, finde ich jetzt aber persönlich nicht so schlimm. Schwarz-Weiß-Motiv. Da sehen wir natürlich den Interpreten drauf. Gute Fotodruckqualität, kann man absolut nicht meckern und Größe ist vollkommen okay. Gut, das war das Poster. Und jetzt haben wir noch das T-Shirt. Ein weißes T-Shirt, Gilden Soft Style, in der Größe L und 100%. Cotton, genau. Gut. Geruchsprobe. Naja, es stinkt extrem eigentlich. Also was heißt extrem? Also es stinkt schon sehr nach Chemie. Auf der Vorderseite haben wir jetzt das Cover von der CD drauf. Also die Texte durchgestrichen mit dem Barcode. So sieht das Ganze aus. Auf der Rückseite haben wir nichts drauf. Ne, also es ist der einzige Druck. Hier vorne drauf dieses, ja von der CD wie gesagt, das Motiv. Okay, ansonsten ein einfaches Standard-T-Shirt. Ist natürlich schön dicker Stoff, also nichts dünnes. Ist schon okay. Okay. Das war das T-Shirt. Und damit liebe Freunde, sind wir am Ende des Unboxings. Ich lege euch natürlich nochmal ganz kurz alles in die Übersicht, was ihr in der Box zum Album Mama bekommt. Ihr bekommt ein Poster, dann das Notizbuch für eure Gedanken oder eure Einkaufsliste, einen Bleistift natürlich dazu, dann das Album als Instrumentalversion, die Alien EP mit zusätzlichen neun Songs, dann natürlich das Album mit insgesamt 16 Songs, diese beiden Aufkleber. Und das T-Shirt. Das Ganze gibt es in dieser wunderschönen Box. Ich habe für die Box, glaube ich, 17 Euro bezahlt. Auf Amazon kostet sie, glaube ich, noch um die 39 Euro. Also selbst für 39 Euro, muss ich auch sagen, ist die Box okay vom Preis her. Also kann man eigentlich absolut nicht meckern. Gut Freunde, das war es soweit mit dem Unboxing. Schreibt mir gerne eure Meinung zur Box unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr mir einfach einen Daumen nach oben da lasst. Natürlich könnt ihr auch gerne meinen Kanal hier unten in der Ecke abonnieren. Einfach draufklicken, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Denn nur so bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es von mir was Neues gibt. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle raus an Motrip. Und ich hoffe, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.